Wir sind der zwölfte Mann. Wir machen die Regeln. Wenn Sie sagen, wir sind zu jung, zu schwach, werden wir nur stärker. Wenn Sie sagen, wir schaffen es nicht, dann geben wir alles, um das Ziel zu erreichen. Heute ist es soweit. Jetzt geht raus und zeigt es Ihnen. Zeigt es Ihnen.